In diesem Video eine kleine Textaufgabe und mit dieser Textaufgabe sollen wir eine Gleichung aufstellen und diese lösen. Zur Aufgabenstellung 5% von einer Zahl sind 4. Wie lautet die Zahl? Überlegen wir mal, also 5% was bedeutet das Ganze? Von einer Zahl, die nennen wir jetzt mal x und das Ganze ergibt 4. Also 5% von x ist gleich 4. Als Gleichung 5% von x ist gleich 4. Bedeutet 5% mal x ist gleich 4. Jetzt müssen wir das hier nach x auflösen. Zunächst fangen wir jedoch vorne an mit den 5%. Was sind 5%? Nun, ich nehme mal eine andere Farbe. 1% sind 1 Hundertstel und 5% sind damit 5 Hundertstel. Also 5% sind 5 Hundertstel mal x ist gleich 4. Diese Gleichung müssen wir jetzt noch nach x auflösen. Wie funktioniert das Ganze? Machen wir es mal schrittweise. Also wir haben 100 auf der linken Seite im Nenner. Die bekommen wir weg, indem wir mit 100 multiplizieren. Also 5 mal x bleibt auf der linken Seite stehen ist gleich 4 mal 100 ergibt 400. Und jetzt haben wir auf der linken Seite 5x, wollen allerdings nur 1x haben, daher durch 5 teilen. Auf der linken Seite bleibt einfach nur x übrig, ist gleich 400 durch 5 ergibt 80. Das heißt, x ist gleich 80 ist hier die Lösung. Weitere Videos zu Gleichung hier entweder in der Endcard beziehungsweise auf meinem Kanal. Weitere Videos zu Gleichung hier. Untertitelung des ZDF, 2020